Ich bin die Fina, bin die Vize-Miss Vienna und wie Ulla Weikersdorfer Miss World geworden ist, bin ich auf die Welt gekommen. In meiner Freizeit koche ich gerne, schaue ich gerne Filme, ich pflege meinen Dachgarten und entspanne ich mich am besten. Ich esse wie mein Leben gerne, also alles her damit, ich esse wirklich quer durch die Bank. Und ja, ich glaube das Wichtigste ist einfach, dass wir hier Spaß haben und wirklich das Missen kann brocken und am 3. Juli wirklich mit vereinten Kräften die beste Performance einfach liefern werden. Ich möchte Miss Austria werden, weil ich liebe Österreich und ich glaube auch an das Land Österreich und ja, als geborene Wienerin und mit asiatischen, also indonesischen Wurzeln, glaube ich, verkörper ich eine neue, modäne Miss Austria.